und damit herzlich willkommen zu einem nächsten part wir sind mit einem bauz auf pokal und wenn dies mal fortsetzen super bauz auf pokal zur korrektur und ja auf legendär wie gehabt ja und es sieht so naja aus wir haben schon zwei siegel zwei niederlagen ja also gutes geht und ganz auf den gegner an auf jeden fall macht es spaß aber es wird mir noch mehr spaß machen wenn ich mal auf das ich habe die chance hatte so was jetzt machen der wichser komm du bist du bist ja ja ich habe gerade ich wollte auch irgendwie den schuss tings machen aber jetzt ist es ein speziales machen doch das welt ist ja bis da einer gekommen wäre dass der bernieger schnell genug gegangen hätte ich gerammt das verläuft bist du ja falsche richtung ja aber auch bist du ja ein bedrängnis weil zwei auf einmal da sind dann noch so am rande noch wir sind hier am besten guckst du wenn ich die welche wenn ich dir passe dass du dich immer von gegner entfernt weil sie direkt neben dem das muss jetzt nicht mehr kriegen oder na scheiße ja sehr gut gut gemacht das dürfte uns jetzt in sieg bringen oder herzen sekunden ich glaube allein hätte ich jetzt bei legendär farb gelost auch ohne items also im team ist es einfach habe ich so ein gefühl ja habe ich auch so das gefühl und du kannst ja absprechen und kannst ja so strategien auch entwickeln gegen die ist glaube ich so ähnlich war es war heil war es zum beispiel gibt es auch mission das übelst da da gibt es zum beispiel sonne mal händler zentakeln hier das kaufquartier bombardieren gewissen level und da kann sich der eine zum beispiel darum kümmern aber da ist ja auch gleichzeitig noch so ein riesiger stoß an gegnern der sich in auf der hauptquartier zustimmt und das darf ja nicht fallen dann kann sich einer ins hauptquartier stellen das beschützen und der andere wo sich die mann handler hat der tag dann kümmern ja ich bin richtig ja ärgerlich habe ich schon die gegner jetzt vom heiz gehalten aber ich verstehe nicht ich meine ich kann das das war so jetzt deine chance ich bin ja so gewöhnt weil man nicht wie können wir die da nicht heißen wäre ich jetzt locker im blauen bereich ja es ist weil die rucke das ist glaube ich auch dazu das zusatz noch mal dazu weil es ja legendär und so es war von mir zu klar hoch ja ich habe jetzt ein bisschen vorgeteilt sehr gut aber das scheint ja richtig gut zu klappen ja 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 das läuft gut gerade ja 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 so torwart in den ball jetzt genau hätte jetzt gekillt wenn er jetzt so oft gerade die möglichkeit gab den einfach zu sehen wenn ich mir auch mal so der torwart jetzt ja auch immer so der hellste manchmal helle wieder nacht helle wie die nacht damit machen soll eigentlich das können wir nicht können wir trotzdem noch zehn sekunden schaffen die nicht das wäre ein gut dass es hier echt nicht geht jetzt hätten wir schon zwei eintore gemacht bei mir ist das alleine habe ich auch schon ein paar mal passiert dass ich versehentlich dann sich so durch rumspielen mit dem ball dass ich versehentlich fasten dies gemacht hat und jetzt dritter platz steigen wir langsam hin wir sind besser als das mit dem arzt mit dem item so bei mit items haben wir so geschafft oder dann kommt jeder mal eine bombe wenn man die tor also ich glaube ich zieht einfach nur an den items zieht 100 pro an also ein niederlagenpart ist dabei naja gut aber man merkt schon wir streng uns wirklich an wir können das spiel das sieht man oder ja das sieht man schon so geschützt mich geschützt mich ja sehr schön spezialschuss rein war sehr gut gemacht ich erfüllen zack der geld mir danke so geschützt mich geschützt mich ja war zu weit weg da hat er doch nicht im weg mensch die dreckssäcke na gut zurück ja genau und jetzt sehr gut da ist auch locker drin ich hoffe jetzt wird ich nicht stimmen wenn ich meistens dumm kommen wenn ich dann halt immer mein äh wer heißt das mal plan hat wie ich vorgehe das ist schon ordnung zu lange gewinne ist das jahr ja legendäre leistung von uns 8 8 1 jetzt ziehen wir die gegner aber ab glaube ich noch so richtig ja irgendwie gar keine chance mehr gegen uns die dürfen noch zwei spezialschüsse machen haben sie noch nicht gewonnen zurück genau und jetzt sehr gut wieder blau scheinbar gut zu klappen ich hab mich früher war ich nicht so gut naja wir waren im team auch noch nicht so gut eigentlich wir werden schon beim team mal gezogen auch wo du mal bei mir war warst ach ich habe den der ball gehabt zu mir sagst du immer ich weiß ich der sagt zu hören aber ja gut ich bin nicht so gut damit zu hören aber wir laufen beim aufpassen 12 12 also beste leistungen länge der also die können jetzt nicht gehen dass wir im wunder wenn die jetzt gewinnen ja schacken aus können jetzt gewinnen schacken aus spieler wert der von denen könnten könnten sie noch gewinnen ja genau das kennst du nicht ja klaus der schwarze mann schaut abends unter das bett ob das unterliegt jack naus kocht eine fünf minute fünf minuten treine schon 30 sekunden jetzt sind die sprüche noch nie gehört kein einzigen jesus lief übers wasser jack naus lief über jesus alle menschen sitzen auf dem sofa schauen fernsehen das muss man auch kennen ja wir sind aber nicht erster platz glaube ich dritter da vierter sind wir mit 15 punkten und der top 3 18 jetzt muss man richtig besiegen das platz eins wenn wir die jetzt gewinnen haben wir platz eins die letzten werden die besten sein muss fliegt die zeitlupe und er fängt ihn ab hat er war doch schon auf meiner seite ein bisschen zurück ja doch ich habe gesehen habe ich habe nicht mehr erwischt jetzt würde ich schnell alles klar das war ein zweier tor krampf ist nie gut im kampf mit einem krampf verlierst du den kampf und lässt dabei dampf ist gut jetzt sie mir jetzt eine gegeben da wäre in die wand geflogen was ich muss noch ein tor machen zu kommt nicht perfekt dabei 15 sek mehr gewinnen sag das nicht so laut nachher müssen wir doch noch ab oder na gut das war ein eindeutiger sieg jetzt und wir haben den ersten platz gesiegt johi 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 jetzt gehts wieder von hinten los geheimteam wird natürlich bisschen schwieriger johi 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 Ich bin in den Weg gestellt. Was hast du? In den Weg gestellt. Okay. Sehr gut. Traumfass zunichte gemacht. Ah, jetzt werden wir wieder. Wir spielen gerade nicht. Oh, der wäre super drin gewesen. Ich habe ja einen Traumfass machen wollen. Das war ja mein Ziel. Hast du nicht gesehen, wie ich gesprintet bin darüber? Ja, Traumfass. Aber wir hätten es auch voll auslösen können, dass er benommen war, der Torwart. Einfachs reinschießen können. Ich bin in den Weg. Ach stimmt, die Zeit ist ja gleich wieder rum. Huschrecht, wir gewinnen ja locker. Na gut, zwei Niederlagen ist ganz mal so schlecht bei Ihnen, oder? Tja, das ist zwar nicht super, aber... Na gut, wenn wir insgesamt halt gewinnen, ist das ja in Ordnung. Ich denke, wenn wir jetzt nochmal zweimal siegen, dann sind wir auch erst mal vorerst sicher. Ich denke, wenn wir dann... Wenn wir jetzt zweimal zwei Siege machen, ich glaube, dann dürfen wir auch ein Niederlage wieder machen. Weil dann geht das noch punktemäßig. Beim Denken der will ich keinen. Weißt ja. So, jetzt gewinnen wir mal gegen die. Ja, aber gegen die wird es halt ein bisschen schwerer, ne? Weiche. Boah, die sind hier so dunkel. Und dann... Oh, fast. Warte, warte, zurück. Oh, das ist fies. Ich bin gerade gesprungen, dann müssen wir gerade hochspringen. Hm, scheiße. Sag ich doch, das sind ja ein bisschen schwierige, oder? Viel egal. Jetzt gehst du dann gleich wieder hoch, und ich mach doch einen Traumpass. Ah ja, Traumpass. Ja, ich weiß, was du machst. Ich hab nicht versprochen. Ich versprach mich. Sehr gut. Bitte, wer alle eine Grube kriegt, jetzt mal. Richtig? Ja, jetzt ist es richtig. Entschuldigung? Also ich meine, dass ich die ja in die Füße getreten habe. Ich glaube, ich kann anders da hinsetzen. Ne, das passt schon. Das war jetzt kein Glückes Treten, also war ein kleines Ansturzen, war das. Warte. Treten ist ja wie sowieso was anderes. Dann habe ich immer die falsche Richtung gemacht. So, beschütz mich, beschütz mich. Wobei, ich stehe da eigentlich ganz gut gerade. Ja, sehr gut. Hey. Kommt ihr doch? Ja, weil ich glaube, die war ein bisschen weiter weg, die konnte mich jetzt nicht erreichen, das war perfekt gerade. Oh, wo ist mein Name? es war zu spät reagiert für mich selbst gepackt nicht erwischt mehr spiel ist ja spezialschüsse super ja ein legendär ist das normal da klappt das immer mit den spezialschüssen im blauen bereich hat doch geklappt ist oder beides im schwarzen oder war eins im grün so aus wie zweimal sports also so jetzt kommt es mal auf platte obwohl ihr diesen riesen vorteil er hat vorteil gewonnen Nein, nein, nein. Was? Hättest du fast einen Spezialschuss machen können. Fast. Oh, den Normalschuss sind wir. Einmal. Jetzt machen wir noch einen Spezialschuss. Alle müssen zurück. Genau. Genau. Ah, scheiße. Ach. Oh, da wollte ich halt hinpassen. Zu dem Deck, gell? Deck. Sehr gut. Wow. Geheim Team. Robo Team platt gemacht. Geheim Team. Doch, die heißen ja Geheim Team, ne? Ja, das Geheim Team. Robo Geheime Team. Ja. Ja, wenn wir jetzt noch einen Sieg machen, dann können wir sogar einmal losen. Das musst du nicht immer erwähnen. Das nervt ein wenig. Wir wollen den verlieren. Du weißt, wir haben schon einen sehr langen Part. Ne, gut, mit den Items, ja. Aber... Das klingt immer wie ein Furz, ey. Ne, das war ja... Ja, er knatscht beim Stuhl. Ich weiß noch was, das klingt immer so, ey. Vorhin auch so gedacht, du hast es mal vorhin zischen lassen, aber... Das war ja der Stuhl gewesen. Los. Ach so. Na, da solltest du nicht hinpassen. Warte, 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 warte offen. So, jetzt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Wie kommt jetzt eigentlich jetzt hin, den Ball da runterzuhören, oder so? Wo stehe jetzt? Tja, Videospielen geht alles. Ich kann es aber nur oft genug sagen. Äh, oft genug sagen. So, halten wir den Rücken. Ja! Na, warst du eigentlich schon morgen 4 Uhr fährlich ein WhatsApp online? Stehst du immer so früh auf, wenn du 10 Uhr einen Besuchtermin hast, da wohl? Sagen wir so, ich habe heute Nacht nicht viel geschlafen. Also. Das war eigentlich der Grund. Ich habe da noch irgendwie was geschaut, äh. Immer kein Netzplatz, heil, heil, heil. Ne, Netzplatz schaue ich immer, wenn ich was esse. Also, warum nicht, wenn du ins Bett gehst? Ich kriege dir zur Wache. Weil es so dein Plan ist, gell? Ja. Jetzt hätte es so einen Spezialschuss machen können. Oh nein, aber Spezialschuss auch noch nicht mehr. Oh, diese Dreh von Kanne mehr, Recken Kassen mehr. Immer Kraft. Ich würde, um passiert das hier, dass sie dann halt... Nein, tu du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Haben wir das schon gemacht. Jetzt nicht so oft, aber... Nicht so oft, oder? Der Gegner hat schon ein paar Mal. Schau, du, 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 du hast Traumpass gemacht. Ja. Ist doch auch etwas. Warte mal weg. Na, oh, toll. Der ist ausgewichen. Zack. Äh. Nee. Ja. Ich bin doch noch ein paar Mal. Äh. Äh. ich habe kurz letzte sekunde noch so kurz jetzt sieht man das jetzt nicht schade ich habe witzig 27 punkte wir sind gerade mal zwei punkte mehr warum das denn dann verliert er wir haben den stein mal besiegt na ob das was wird hast du einen grünen bereich naja lederfe zack war ist zurück es könnte aber was werden glaube du sagst sag ich nie sagt sagt sage ich dann wenn du sagst sag ich saft ich habe ihn doch eigentlich gerannt doch nicht verlieren wir sowieso schlechter will nur gerade mal mit zwei punkten vorn wird schon längstens mit schaust machen ja sehr gut gut gemacht man das ist ein risierer oder ein vibrator na ach das war jetzt ein bisschen auch passend wie ich das gemacht habe ja viel zu ich hoffe ich bin ja wohl vorbei geben zurück hier jetzt aber ich wollte vario treffen verdammt sorry ich darf jetzt kein goal werden ist jetzt echt knapp für uns jetzt müssen zurück und muss bald muss man gucken wie die leute laufen so so warte laufen müssen jetzt muss man muss nicht zurücklaufen ach scheiß vario ja Das war ich. Ah, das warst du. Guck mal, mal geht hin. Und da, vor allem mal. So, dass es Kinder wieder mit einem gibt. Mhm. Okay, das war's. Knapp gewonnen. Wow. 3-2. Ganz klar am Ende. Ja. Fußball ist ja nichts für dich, gell? Nee, gar nichts. Selbst Torwart nicht. Ich muss sagen, als Torwart habe ich mich gar nicht mal so schlecht angestellt in der Schule. Aber ich habe trotzdem Fußball mal gehasst. Das war immer furchtbar. Okay, wie es dann weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Da wenden wir dann den super Bowser-Pokal, ne? Auf, äh, legendär. Ja, und beginnen mit den Multikämpfen, oder wie sagt man das so schön, wenn man gegeneinander spielt? Ja, Multi, nee, äh, hier, das heißt anders. Ich weiß, was du meinst. Ähm, gegeneinander. Aber das wollen wir gegeneinander spielen, egal. Ja, ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie man es nennt, aber auf jeden Fall spielen wir danach dann gegeneinander. Den werde ich wahrscheinlich voll ablosen, aber, naja. Das warst du jetzt noch nicht. Na, ich würde es mal sagen. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part. Das warst du jetzt. Das warst du jetzt für heute. Untertitelung des ZDF, 2020